Hallo Leute zu Swamari Bros The Lost Level 2, Save and Worn. Okay, ich bin kein Engländer, aber... Hallo und herzlich willkommen zu Swamari Bros The Lost Level 2. Okay, ich hab irgendwie einen Fehler jetzt gemacht. Das war eigentlich gar nicht so schwer am Anfang. Aber es scheint mir jetzt etwas schwieriger geworden zu sein, dieses Level hier. Ich bin schon zweimal gestorben. Das muss schon was heißen, oder? Ich bin einfach nur schlecht heute. Ja, ich bin, glaube ich, echt schlecht. Heute bin ich ziemlich schlecht. Oh, das war jetzt Glück. Das war kein Skill, das war eher Glück. Muss ich selber sogar zugeben. Obwohl ich immer meine, dass ich ein Skiller bin. Aber das, was ich hier gerade gemacht habe, war ich kein Skill. Das war Lack. Boah, bin ich schlecht, ey. Komm, ey. Leck mich, ihr scheiß Kugel Willis. Ihr könnt auch mein Willi lutschen. Ihr Nazis. Da ist schon der Kommunisten. Hä? Bitte? Wollt ihr mich gerade farschen? Ist das eine geheime Botschaft? Ja, genau. Die geheime Botschaft. Ah. Wah. Wah. Okay. Nein, ich will nicht sterben. Ganz Zeit. Ist das absichtlich so, oder ist es jetzt weg? Ich glaube, es war echt ein Bug. Nee, es ist kein Bug. Was haben die Ex? Oh, das war jetzt... Das war jetzt... Keil. Keil. Hehehe. Okay. Hör auf zu... Behindert zu sein. Gebe asozial den Nutten-Schwanz. Oh. Alter, alter Falter. Boah, Junge. Leck mich. Leck mich, du Hammerbruder. Du bist kein Bruder. Du bist ein Hurensohn. Okay, du bist eine Nutte. Kann ich das eigentlich mitnehmen? Geh mal weg. Verpiss dich. Nein. Du Arsch-Rosette. Oh, nee, nee. Jetzt muss ich bis dorthin wieder kommen. Scheint mal wieder Fails zu geben. Darauf seid... Habt ihr euch doch gefreut. Das Spiel ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ui, ui. Ach, komm. Geh schnell da durch. Du Hitler-Fresse. Oh, BIP. Ach, du Nazi-Fisch. Auf meine Fresse. Ich so ein... Bin ich nur so dumm, oder? Wieso bin ich immer noch bei dem 7-1? Es ist gar nicht schwierig. Das ist nicht schwierig. Das ist eigentlich einfach. Ich bitte dich. Das ist ziemlich einfach. So ziemlich einfach. Das ist das einfachste Level, was ich je gesehen habe. Nur diese Stelle ist irgendwie abfuck. Die Stelle ist echt abfuck. Der Rest ist Babykram. Nur ich bin so schlecht. Aber scheint mal, weil ich bin so, so gut da durchgerast bei diesem Spiel hier, dass ich freu mich schon auf dieses Level. Darauf habe ich mal gewartet auf Fails, dass ich mal vielleicht nicht weiterkomme. Dass ich eine Herausforderung habe, dass ich das Level unbedingt schaffen will. So etwas hat mir in diesem Spiel gefehlt. Das hat natürlich Lost Levels gemacht. What the fuck? Okay, jetzt kann ich gehen. Ui, joi, joi. Nur weil ich getestet habe, ob das... Nein! Leck mich. Leck mich. Leck mich. Leck mich. Alter, boah, alter, ey. Ui, 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 ui. Wieso springe ich? Das ist genauso, wie wenn ich zu einem Jäger gehen würde und sagen, er schießt mich, ich bin eine Kuh. Oder als Kuhverkleide. Das ist sowas von dumm, ey. Was ich immer mache, ne? Boah, ey. Ist das ne Rotz-Level, ey. Das Level an sich ist gar nicht schwierig. Ich bitte dich, Mario. Bitte, mach dich nicht zum Affen. Wie, Donkey, komm. Halt's Maul, du Nutten. Na, 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 na. Ui, 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 ui. Boah, das ist krank. Die Stelle ist... Abfuck. Komm, geh nach oben, du Wichser. Ne, geh nach oben. Komm. Ja, beide nach unten, ey. Beide nach oben, ey. Komm. Wie soll ich da durch, bitteschön. Das wird richtig schwierig. Das geht nicht. Dieser Moment war irgendwie... Abfuck. Ich glaube, ich sollte den Pilz behalten. Für was Wichtigeres. Das Level ist eigentlich an sich gar nicht so... Boah. Ich hätte fast verloren. Den scheiß Pilzen! Ja, nee, nee. Jetzt hab ich ihn auch noch verloren, aber ich hab's wenigstens geschafft. Ich will nur ausprobieren, ob man das... Ja. Geht der, geht der runter. Nee, das kann man nicht mitnehmen. Das kann man nicht mitnehmen. Du. Ver. Fickter. Dude. Oh, sorry, Leute, dass ich kein Dude-Apparat habe, ey. Der müsste alle meine Beleidigungen ertragen, irgendwie. Aber ich glaube, es macht euch eh nichts aus. Du kleiner Wichser, ey. Dieser Kugel-Lily, ey. Komm. Ich hab nicht mal das 7-7-1 geschafft. Und hänge seit, glaube ich, 8 Minuten hier fest, oder? Wenn ich's so seh. Aber das ist mal was Gutes. In 9 Minuten hab ich ja zwei Welten geschafft. Und jetzt bin ich 8 Minuten lang in diesem einzigen Level. Und hab's immer noch nicht geschafft. Das ist eigentlich ein Erfolgserlebnis, ey. Oh, das ist Gott. Gott gemacht. My friend. So. Oh, Donkey Kong Fass, ey. Leck mich. Wo kommst du her? Wo ist Donkey Kong? Ich will das bestimmt nicht ausprobieren. Oh. Geht doch, meine Fresse. Das Level war nicht schwierig. Es war noch nie schwierig. Ich hab mich nur irgendwie so richtig blöd angestellt. Oh, meine Fresse. Aber ich mach nicht nur ein Level hier. Ich mach jetzt das zweite noch. Hoffentlich schaff ich sogar das ganze Level. Die ganze Welt hier. Aber anscheinend ist es, glaube ich, ein Wasserlevel oder ein Unterganglevel. Ne, ein Wasserlevel. La, 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 la. Schönes Wasserlevel. Schön chillig. Na, na, na. Na, diese scheiß Blupper gehen mir auf den Sarg. Scheiß Bluppers. Leckt mich am Anus. Juchzen, ey. Hitler Gesicht, ich ficke dich, du scheiß Blompaar, du gehst doch schwarz saugen. Wenn du mir nochmal begegnest, dann furz ich in dein Gesicht. Nein! Du, perfekter, verfickter, fickter, fick the fuck. Boah, hab ich gesammert. Boah, ich jung. Ne, ne, da kannst du mich auch mal schlicken. Da kannst du mich auch mal schlicken, ey. Leck mich. Hab ich auch krass, den Sehs hat echt vergessen am Anfang. Du scheiße, verfickter Blompaar. So, ey. So, ey, verfickter Blompaar. Der kann meinen Anus lecken. Ja, wie oft. Leck mich. Fühlt sich so geil an. Lalalalalalalalalala. Tiki Mon, ich geh, äh, Titikon, Bär, Bitsch, Gesicht. Okay, zwei. Boom! Aber wenigstens hab ich noch ein Leben gefarmt. Und wieder verloren. Joker, Slylay. Ja, genau. Wieso sterb ich am Anfang? Das Leben hat noch nicht mal angefangen und mein Auge juckt. Wieso juckt mein Auge? Hitler. Wieso juckt mein Auge? Lalalalalalalala. Boah, ich will's nicht kratzen, weil du ein Hurensohn bist. Ne, gib mir einfach den Pilzen, ey. Leck mich. Fick die Fisch. Keiner mag dich, Fisch. Junge, wie, wie, woher kommst du überhaupt? Aus welchem Fischland kommst du, du Pisser? Oder, wie, ist das einfach, können Fische fliegen, ey. Das sind keine Fische, das sind irgendwelche Aliens von irgendeiner Planeten, den kein Mensch kennt und kein Mensch will. Und jetzt wollen die sich an die Menschheit rächen, weil wir Fischstäbchen essen. Bestimmt sowas. Boah, knappe Sache. Ach, leck mich. Weißt du was, Pflanze? Weißt du, was du machen kannst? Du kannst mal einen Klemptner-Kock lecken. Hä, ist das absichtlich? Du WTF? Okay. Gott, ich dachte schon, ich komme da gar nicht mehr weiter. Ich brauchte so ein Trampolin oder so. Sehr gut. 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 Lalalalalalalal. Du kleiner Fettsack. Fettsack. So. So, ey, haben wir so ein fähiger Ausraster-Part. Okay, nicht so viele Ausraster waren dabei, aber... Zwei in Ordnung. So, was erwartete ich von diesem 7... Vier Schloss. Ich weiß gar nicht, ob es ein Rätsel war. Normal... Leck mich. Ich weiß gar nicht, ob es ein normales Malen Bros. The Lost Levels... Ein... Rätsel-Level war. Und ich weiß nur, dass es das 8. Level 1 Rätsel... Rätsel-Level war. Über das 7. weiß ich nicht mehr so. Ich glaube, es war gar nichts. Aber es war ein schwieriges. Das war knapp. Es hat echt nur aus Sozialniveau. Es hat nur Last Levels Niveau. Das Levels Niveau... Last Levels Niveau... Auf hunderte Male. Auf hundert Prozent, ey. Das ist mir das Asozialste bis jetzt. Hä? Welche Röhre musste ich rein? Hä? Da musste ich nicht rein. Hier auch nicht. Hier war es falsch. Hä? Welches war es dann? Warte mal, da muss es irgendwo am Anfang gewesen sein. Vielleicht auch diese. Hä? Was? Vielleicht dieses diese? Nee. Ich glaube, es war nicht diese. Nee, es war nicht diese. Es war nie im Leben diese. Nee. Diese vielleicht. Auch nicht, oder? Nee, hätte ich auch nicht geglaubt. Boah, es ist knapp. Das hätte ich echt nicht geglaubt. Die ersten zwei sind falsch. Kommt man da hoch. Okay. Ich glaube, das könnte sie sein. Muss aber nicht. Nee, es war die nicht. Dann muss es irgendeine andere sein. Die ersten drei sind falsch. Das wissen wir jetzt. Also muss es diese gewesen sein. Halt's Maul. Oh, da kommt man gar nicht hoch. Da kommt man gar nicht hoch. Also, ich glaube, das ist das Schloss überhaupt nicht. Werde bin ich zu dumm, oder? Irgendwie. Ich glaube, ich bin nicht zu dumm. Oh, da warte mal. Das kann auch fest sein, oder? Nee, da kann ich nicht mit rein. Das muss einer der beiden letzten sein. Diese war es nicht. Die war falsch. Die muss aber richtig sein, oder? Boah, Junge, ey. Bin ich der Einzige, der dieses Schloss nicht schickt, oder? Oder ist es nur am Anfang möglich, irgendwas? Warte mal. Jetzt habe ich eine Idee. Okay, jetzt habe ich... Wenn die klappt, dann ist sie wirklich gut. Das heißt, ich muss da hoch. Aber nur, um da hoch zu kommen. Und dann auf diese Röhre. Ah, okay. Ich glaube, da war es das Rätsel auch. Und da wieder rein. Ja, das war richtig. Aber jetzt geht es weiter damit. Oder? Ist das noch ein Rätsel? Ja, ist es. Boah. Ich glaube, das war falsch. Nee. Oder? Ja, war es. Das ist schon auch falsch. Nee, es war richtig, oder? Ja, es war richtig. Bowser, du Wichser. Ja, genau. Du hast noch mehr aus, du verpickter Wichser. Aber kein Bock auf noch mal. Kein Bock noch mal auf das Rätsel. Ihr kennt es schon, das muss man nur neu machen. Das ist langweilig. Bei Level wäre es ja okay gewesen. Und beim Rätsel, nee, das will ich euch sparen. Tausendmal dasselbe Rätsel. Nee. Einfach nur Zeitverschwendung. So, ich glaube, das war es auch mit diesem Part dann mal. Ich weiß gar nicht, wie viel Level... Ich glaube, das ist auch das letzte, oder? Nee, es geht dann weiter anscheinend. Ah, nein! Das offizielleste Spiel überhaupt nicht. Aber ich sage trotzdem, tschüss, bis zum nächsten Part, meine Freunde. Und da.